Hallo Hendrik. Hendrik, hey, ich rede mit dir. Sag mal, wusstest du, dass deine internetfähigen Geräte einen ISDN-Anschluss haben? Und wusstest du auch, dass ab 2018 all diese Geräte nicht mehr funktionieren werden? Ende 2018 stellt dein Netzbetreiber den ISDN-basierten Anschluss all deiner Geräte auf die neue Internettechnologie IP um. In der neuen IP-Welt werden alle Arten von Daten in einer einheitlichen Internetsprache übertragen, dem Internetprotokoll, kurz IP. Die Umstellung auf IP bedeutet für dich, dass deine bisher genutzten Telekommunikationsgeräte wie Telefon, Faxdrucker, EC-Cache-Kartenleser, Alarmanlage und Videoüberwachung von der Außenwelt abgeschnitten sind. Diese veralteten Geräte müssen deshalb durch neue ersetzt werden. Das ist sehr teuer und lässt deine Reserven für andere Anschaffungen schwinden. Keine Panik, Hendrik. Du brauchst keinen neuen Kredit. Leg den Hörer wieder auf. Ich habe eine Lösung für dich, nämlich diesen Experten hier von Community Systems Care. Er empfiehlt dir, deine bewährten Geräte weiterzuverwenden. So sparst du viel Geld und kannst trotzdem alle Vorteile des modernen Breitbandanschlusses nutzen. Er hilft dir bei der Auswahl des richtigen Breitbandvertrags für dein Geschäft. Zum vereinbarten Termin installiert der zertifizierte Servicepartner die Community Systems IP-Box. Dabei handelt es sich um einen Übersetzer für IP-Sprache. Er schließt die vorhandenen Geräte an und alles funktioniert sicher. Mit ISDN und nach der Umstellung auf IP. Außerdem hast du nun einen persönlichen Ansprechpartner für alle Fragen rund um deinen IP-Anschluss. Dein Geschäft läuft also auch nach 2018 problemlos weiter. www.ipumstellung einfach.de